I hold you, yeah! Das sind diese China-Fastfood-Kette, wo dieser... Typ... Wer hat denn da gerade doch geschrien? Ich hab mich gerade so erschrocken vor dem Ding! Ich guck so ganz langsam... Ich guck so ganz langsam hoch, auf einmal springt das Biene ins Gesicht! Alter, mir ist ein Fettgesicht, ey! Alter, der Nachbar reißt bei mir den Bau ab, Alter! Ist dein Nachbar der Blitz, oder was? Oh! Aua! Ach, die Tür bleibt... Ach so! Das ist geil! Das war echt geil! Sewers! Oh ne, ein Wasserlevel... Das ist ja immer schlecht! Aber Sewers sind eigentlich immer scheiße! Wortwörtlich! Bam, Alter! Dankeschön, der wird zwar gut, oder? Ja, vor allem wenn approved! Das? Ja, ja! Ja, das sieht aber richtig scheiße aus! Wenn jetzt alle gekillt wären durch diesen Scheiß-Wichser, dann rasch dich aus! Ja, das kannst du doch gut mit deinem Headset da machen! Ja, genau so! Oh deiner temeezern mit dem Du Freunde! Sonst kannst du aufschreiben! We're the bester! M-A-E-H-H-E-H-E M-A-E-H-O-H-E! May-A-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E! Das muss niemals in Minecraft 2 geben... M-A-E-H-E-H-E-H-E-H-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E! B-A-E-H-E! Da ist doch ein Blue Tower Defense Da wird das doch erbunden Wer wurde da gerade weggeschränkt? Ich mit meiner eigenen... schon mit meiner eigenen... Ich hab die Rakete und dann die Prick geschossen, so komisch